Jetzt wollen wir das versuchen natürlich ein Stück weit einzuordnen. Was sagt der Politikwissenschaftler Frank Decker von der Universität Bonn dazu? Wo war Bernd Althusmann sozusagen in der Sache richtig? Wo ist er sehr stark vielleicht auch im Wahlkampfmodus schon? Also ich denke jetzt dem Ministerpräsidenten vorzuhalten, dass er seine Rede damals, das war ja im Oktober 2015, der Dieselskandal ist im September, einen Monat vorher ja erst an die Öffentlichkeit gekommen, aufgedeckt worden. Ihm das vorzuhalten ist etwas unglaubwürdig, denn seinerzeit ist der Landtag schon informiert worden von der Regierung darüber und es hat keine Einwände gegeben der Opposition. Also das ist natürlich ganz klar jetzt auch dem Wahlkampf geschuldet. Und unabhängig davon wäre es natürlich schon auch im Wahlkampf interessant jetzt zu hören, ob Union und FDP, was die Repräsentanz des Landes im Unternehmen VW angeht, ob sie da andere Vorstellungen haben. Also man könnte ja zum Beispiel auch darüber diskutieren, ob dieses Aufsichtsratsmandat des Landes unbedingt vom Ministerpräsidenten und vom Wirtschaftsminister wahrgenommen werden muss. Aber da hat man bisher nicht gehört, dass es da andere Positionen gibt. Okay, aber ich sage mal, das ist jetzt ja bildhaft gesprochen, einen König zu fragen, ob er drei Zacken aus seiner Krone rausbrechen will. Also so viel Macht gibt doch freiwillig kein Ministerpräsident ab. Also ich glaube nicht, dass... Die Energie müsste doch von woanders her kommen. Ja, ich glaube nicht, dass das zur Disposition steht. Dieses VW-Gesetz ist ja auch überprüft worden vom Europäischen Gerichtshof. Es ist auch bestätigt worden. Das ist ja eine besondere Konstellation. Niedersachsen hat ja 20 Prozent am Unternehmen, aber ein Vetorecht. Und diese starke Position im Unternehmen, die wird das Land nicht aufgeben. Und das ist auch nie zur Disposition gestellt worden. Es hat ja vorher eine CDU-geführte Regierung in Niedersachsen schon gegeben mit einem FDP-Wirtschaftsminister. Aber es wäre vielleicht ganz grundsätzlich auch wichtig, darüber nachzudenken und auch einen politischen Streit zu haben. Okay, also das wird wahrscheinlich, egal wie die neue Regierung aussieht, in Fahrt kommen. Die andere spannende Geschichte finde ich hier der Fall Elkett-Festen. Da ist eine Politikerin, aus welchem Grund auch immer, sie sagt von sich aus, Ich hatte nicht richtig wirklich eine Zukunft in dieser Partei gesehen bei den Grünen. Also habe ich mit der CDU gesprochen und die sind interessiert. Ist das okay? Ja, sie hat ja auf der einen Seite gesprochen von einem Entfremdungsprozess zwischen ihr und ihrer eigenen Partei, den Grünen. Das kommt vor und dann ist es ja auch ganz konsequent, dass man dann die Parteimitgliedschaft zurückgibt. Schwierig ist es dann natürlich mit dem Mandat, denn die Abgeordneten sind ja als Vertreter einer Partei gewählt worden. Das gilt übrigens auch für die direkt gewählten Abgeordneten. Sie ist ja keine direkt gewählte Abgeordnete, sondern hat ein Listenmandat. Da gibt es aber im Prinzip keinen Unterschied. Und dann ist es schon eine Frage, ob man das Mandat mitnehmen kann. Also jetzt ist es in dem Falle dann zur CDU, was ja in diesem Fall auch dazu führt, dass die Mehrheit, die knappe Mehrheit verloren ist. Und man muss sehen, sie war ja nicht ganz glaubwürdig in ihrer Argumentation. Sie musste ja im Grunde einräumen, dass der Anlass gewesen ist, dass sie von den Grünen nicht wieder aufgestellt worden ist als Kandidatin. Nur das ist in der Parteiendemokratie eben auch in den Parteien so. Da gibt es Mehrheiten und unterliegende Minderheiten. Und die Minderheiten müssen aber dann natürlich das auch mittragen, was die Mehrheit beschließt. Ansonsten wäre das Regieren, wenn jeder nach Lust und Laune von seinem freien Mandat Gebrauch macht, wäre das Regieren in einer Parteiendemokratie nicht möglich. Frank Decker, besten Dank für diesen Augenblick. Spannende Sommerpause. Hätten wir alle nicht gedacht.